Ich bin schon mit dem zweiten Part jetzt. Passt genau. Zack, zack. Ups. So. Zack, 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 zack. Und flupp, flupp, flupp. So. Und jetzt hoch damit. Wieder schön in die Höhe. Ich weiß, ich kann die Dinger auch markieren, dann kopieren, aber das ist mir ziemlich anstrengender, als hier jetzt einfach so blöd hochzubauen. Das kann ich machen, wenn du jetzt wirklich zu zwei richtig schwere, identische Häuser haben willst, aber jetzt zwei einfache Säulen. So. Jetzt weiß ich, wo ich mich jetzt erinnere. Das ist von wegen kein Ringe. Es ist Harry Potter, das Quidditch fällt. Also wenn das aufs Holz fährt, dann könnten es erst diese Türme sein, die an den Seiten stehen. Naja. Interessanter Anfang. Hm. Oh, bei draußen wird jetzt gerade rumgestaubt. So. Ich hoffe, das hört man nicht nachher. Nicht eine Aufnahme. Ich seh's oben auf der Mini-Map. Ich hab die externen Lieder für. Vier Türme hab ich jetzt. Hm. Also vier Säulen. Dann gehe ich jetzt erstmal hier neun in diese Richtung. Denn die Gegenden sind ja nicht mehr kreuz für mich, oder? Ah, ne, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Wir reißen das Ding nochmal komplett ab. Fühlen sich dann mit dem Eingang völlig frei. Ich weiß nicht genau, wo genau der Ende steht. Ich habe nicht gerade eine geniale Idee, glaube ich, bekommen. Lalalala, zack, zack, zack. Und alles wieder weg. Unsere Mühe voller Arbeit. Muss wieder vernichtet werden. Ist da noch einen davor? Ne, lieber hänge ich nachher noch einen dran. Mach ich das so, dass ich dann von hier so ein richtiges Kreuz halte. Also jetzt nicht so kreuz, dass das hier so lang ist und da vorne so ein solches Jesus kreuz. Nein, wir nehmen jetzt so ein... Ne, wir werden schon sehen, was ich meine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zack, zack. Und so. Jetzt scheint mir das Ding auch gar nicht mehr so groß wie am Anfang. Und jetzt, wo ich die ganzen Fettigen sollen sehe, den groben Grundriss. Ich muss die Zone gleich nochmal auf mich nochmal protecten, sonst kommt hier heute Nacht nach dem ersten Part eigentlich so ein kleiner Sack. Na gut, das kann keiner sein, weil ich... Weil Leute, die beim ersten Mal auf dem Server sind, noch nichts bauen können. Die muss ich erstmal freischalten. Aber man weiß ja nie. Vielleicht entdeckt ja irgendjemand irgendwo ein Permission-Loch. Das hatten wir schon mal gehabt. Da flogen hier auf einmal, ich weiß nicht, was das war, die Gasts in der Gegend herum. Das war aber auch kurz nachdem ich das nicht auf dem Minecraft... Also nicht auf dem YouTube-Kanal gepostet habe. Die IP und so. Public Server hier, kommt alle. Das war, ähm... Als ich das auf dem Minecraft-Forum... Auf engsamer-Forum-Seite extra für den Minecraft-Server oder keine Ahnung, irgendwie sowas gepostet habe. Da kamen dann so ein paar Leute. Die hab ich eigentlich alle gebannt, die von der Seite aus kamen, ne? Also ich denke, was war das, die alle von der Seite aus kamen. Naja, das hab ich alle gebannt, weil die alle hier Scheiße gebaut haben. Das mach ich auch nicht nochmal. Also ich mach jetzt wirklich nur noch ausschließliche Werbung für das Teil hier, für den Server. Auf YouTube. Das schützt zwar nicht unbedingt, aber... Doch irgendwie schon mehr, als wenn ich das auf so einer... Seite postet. Die zwar nicht so ganz cool aussah, eine coole Aufmachung oder so. Aber das mach ich nicht nochmal. Bringt doch eh nichts, wenn da eh nur irgendwelche Säcke kommen. Vielleicht ein andermal nochmal. Jetzt wird schon wieder Nacht hier, mein Gott. Time Days, uuuh. Und zählt acht... Oh Gott, es ist diese Parts jetzt so interessant wahrscheinlich für euch. Aber ich sag euch, ich schaffe bestimmt damit zehn Parts. Sicherlich mit dem ganzen Teil. Anderthalb Stunden brauchen wir dafür schon. Und ja, es ist so gut anderthalb, zehn passend. Gut anderthalb Stunden. Gut. Richtige Höhe. Ich fliege lieber, dann backe ich nicht mehr so schwul rum. Zack. Set vier. Dann, 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 dann. Uh, ein, ein, join in the game. Ja, ein, ein, das ist unser Moderator hier. Einfach mal kurz begrüßen. Ich probiere, dass da einfach was weiterkommt. Ähm. Ach, scheiße. Ich empfehle, die Säule da ist falsch. Die muss ein weiter, die muss da hin. Da kommt eine Säule hin. Oder, ich klebe noch, nee, ich mache einfach davor noch zwei. Hätte ich wahrscheinlich so oder so gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, das ist unser lustiger Kollege, ein, ein, habe ich eben schon gesagt. Er ist Moderator hier auf dem Server. Und er hat sich so ein bisschen mit Redstone probiert, aber, ich sag mal, er hat jämmerlich versagt, wie so viele vor ihm. Obwohl er eigentlich ziemlich gute Ideen teilweise hat. Lustige Umsetzung scheitert dann häufig, aber das kennen wir ja eigentlich alle. Und ich glaube, also, es gab auch so eine kleine Veränderung irgendwie mit dem Redstone-Verhalten. Muss ein niedriger. Dass es irgendwie jetzt anders leitet oder, keine Ahnung, also, irgendwie ist das jetzt alles ein bisschen komplizierter geworden. Set 4. Man konnte jetzt ein bisschen verwirrt denken, hä, was ist das da, was der baut, aber er hat schon seine Richtigkeit. Ist jetzt nicht so falsch. Ah, ich soll zu ihm kommen. Soll ich das machen? Soll ich das machen? Dieses Mal macht ich es. Also, wenn es euch jetzt total stört, dann schreibt es mir in den Kommentaren und lasse ich das in Zukunft, aber ich kann es jetzt nicht immer verhindern. So, ich gehe nochmal kurz vor ihm. Bis gleich.